Wir wollen freie Menschen sein, riefen die Ostberliner Arbeiterinnen und Arbeiter am 17. Juni 1953. Ein schlichter Satz, scheinbar selbstverständlich. Seine Kraft versetzt Diktatoren aber bis heute in Alarmbereitschaft. Diktaturen vertragen keine freien Menschen, sie brauchen Untertanen, die gehorchen. Das ist der Unterschied zur freiheitlichen Demokratie. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!